Ich glaube, dass ich den Job damals bekommen habe, weil ich glaubhaft machen konnte, dass ich jetzt technisch noch nicht da bin, was gefordert war, aber dass ich dazu bereit bin, mich relativ schnell dorthin zu entwickeln, um dieses Delta zu schließen. Ich denke, ich habe den Job bekommen, weil ich einfach Interesse gezeigt habe, weil ich gesagt habe, ich bin für Neues bereit. Es ist damals am Personalverrecht in Deutschland gegangen, es hat noch keine Struktur gegeben, wir haben sich echt alles selber gesucht, organisiert und ich glaube, das hat ihnen gefallen. Ich habe den Job bekommen, vermutlich weil ich das breit gefächerte Wissen aus der HTL gehabt habe und das einfach perfekt für diese Position geeignet war ihm und zusätzlich, weil ich da gut in das Team gepasst habe. Eine Grundanforderung für Bewerber ist sicherlich, dass sie im Bereich IT-Infrastrukturbetreuung, Entwicklung, Support schon einmal gearbeitet haben und vor allem auch dort selbstständig gearbeitet haben. Die Basis für einen DMS-Berater und Entwickler sind eben einmal breites IT-Wissen, das man durch der HTL oder Studium oder Lehrausbildung gewonnen hat und die weiteren Details zur Software erlernt man dann im Beruf und auch durch die Erfahrung. Der Wunschkollege sollte freundlich zu Konten sein, kontenorientiert natürlich und einfach irgendwann ein Freund werden. Und dann geht es weiter. 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 Und dann geht es weiter.